Willkommen zur 33. Folge Brettspiel News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge reden Peter und ich mit Chris und Nico vom Podcast Bretter Goge über Spiele, über ihr Engagement bei verschiedenen Podcasts und über KritikerInnen und InfluencerInnen. So, wir haben heute wieder zwei Gäste, nämlich Chris und Nico vom Bretter Goge Podcast. Hallo ihr beiden. Ja, so ja, der Chris ist so höflich wie immer. Also hallo, hier ist der Nico, guten Morgen, liebe Brettspiel News. Ja, hi zusammen, ich bin der Chris und ich habe natürlich hier unserem großen Boss den Vortritt gelassen. Oh, das geht ja schon gut los. Okay. Die Hierarchien sind geklärt, das ist doch top. Absolut. Ja, ich würde ja sagen, das funktioniert hier immer alles auf Augenhöhe bei uns, aber okay. Ja, das ist vielleicht deine Wahrnehmung der Sache, Nico, aber komm, wir wollen es nicht direkt hier in den Herzen. Ja, das besprechen wir mal danach. Ach, ich sehe schon, die große Tic-Tac-Toc-Pressekonferenz, komm, wir sind ja nur zu Gast, oh Gott, ich rede schon wieder viel zu viel. Das kann sich im Laufe der Stunde ja alles noch entwickeln, also wer weiß, wie es dann am Ende aussieht. Ja, eine Sache vielleicht noch am Anfang, liebe Grüße an den Manuel Fritsch, Zwinker, Zwinker. Ja, der Podcast heißt tatsächlich Bretter-Goge, das ist wie so ein Firmen-Identity-Dings, wir haben eigentlich gar kein N hinten dran. Ah, shame. So, aber bevor wir jetzt inhaltlich starten, normalerweise war jetzt immer Michael dabei bei den Talk-Formats, das ist in den kommenden Talk-Runden leider nicht mehr so, aber nach einer Runde alleine habe ich mir jetzt tatkräftige Verstärkung geholt, nämlich den Peter, Hallihallo. Ja, moin Johannes. Hier ist die Hierarchie, glaube ich, auch schon ganz klar. Auch das kann sich nach einer Stunde noch verändern. Okay. So, wunderbar, dann können wir jetzt ja starten. Nico, Chris, bestimmt kennen euch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch, aber für die, die euch nicht kennen, mögt ihr euch nochmal vorstellen. Ich sehe schon mehrere von diesen langen Pausen auf uns zukommen, wenn du uns beide gleichzeitig ansprichst, ist das aber kein Problem. Okay, ich hang gerne mal an. Ja, was war die Frage? Achso, vorstellen. Ja, hi, ich bin Chris. Ich komme aus der Nähe von Koblenz, bin 33 Jahre alt, Grundschullehrer von Beruf und damit qualifiziert für den Bretter-Goge-Podcast, richtig ausgesprochen. Was ja bekanntlich nur Lehrer sind, die über Brettspiele quatschen. Obwohl wir uns, also obwohl wir alle Lehrer sind, quatschen wir eigentlich nie über entsprechende Themen. Keine Ahnung, warum das eigentlich Qualifikation war. Das kann der Nico gleich erklären, ja. Ja, und hi, hier ist Nico. Ich bin zu Hause in der Nähe von Aschaffenburg, bin natürlich auch Lehrer. Ich setze dann da an, wo der Chris aufhört mit seinen Kindern. Ich bin nämlich an der fortführenden Schule. Ich habe mich für das Gymnasium entschieden und mache das jetzt seit zwölf Jahren. Ja, aber genau, jetzt seid ihr nicht nur Lehrkräfte, sondern ihr habt auch was mit Brettspielen zu tun, beziehungsweise macht einen Podcast. Wenn wir jetzt nochmal, ich weiß nicht wie weit zurück, aber bestimmt ein paar Jährchen. Wie hat das denn bei euch angefangen? Wie seid ihr tiefer ins Hobby eingestiegen? Da fange ich mal an vielleicht, weil das bei mir, glaube ich, ein bisschen kürzer ist, als es dann beim Chris vielleicht der Fall ist, wenn es wirklich um das Hobby an sich geht. Also ich habe halt, das ist wirklich so die Klassikergeschichte, also ich habe als Kind schon immer mit meinen Eltern so das Spiel des Jahres gespielt, solche Geschichten halt. Aus der Stadtbücherei dann was ausgeliehen und so. Und dann war wirklich eine gewisse Zeit lang Sendepause eigentlich, was das Thema anging. Und es hat, das ist auch die übliche Wendung, dann bei mir im Studium erst wieder angefangen. Und so richtig ging das los mit so ein paar Bonanza-Runden in der WG und dann so 2009, ja halt dann hier mit Dominion und so. Also das sind so die Sachen, wo es dann wieder so richtig losgegangen ist. Und mit Daniel, der heute leider nicht mehr so häufig vorkommt bei uns im Podcast, das liegt einfach dran, also es ist auch einer von uns vier. Es liegt einfach dran, dass wir früher sehr nah zusammen gewohnt haben und jetzt ist er so gut 250 Kilometer weit weggezogen. Haben wir nicht mehr so den engen Kontakt, dass wir viel zusammenspielen. Aber mit Daniel habe ich eben zusammen studiert damals in Würzburg. Und ja, mit dem bin ich dann quasi zu zweit so ein bisschen tiefer in die ganze Sache reingerutscht. Und wir haben dann ganz oft uns getroffen zum Spielen. Und irgendwann haben wir uns gedacht, ach komm, lass uns mal einen Podcast anfangen. Aber da können wir ja dann gleich nochmal drauf kommen. Also wie gesagt, die kurze Geschichte ist so, früher als Kind viel gespielt, dann Pause, dann mit so Dominion ungefähr wieder eingesetzt. Ich glaube, bei Chris geht das Ganze ein bisschen weiter zurück. Ja, also im Thema Spielen an sich war ich schon immer tief drin, seit ich denken kann. Also schon als Grundschüler war es so, wenn ich bei meinen Mitschülern zu Hause war, wollte ich immer deren Brettspiele spielen. Also das hat mich schon als jüngstes Kind, sage ich mal, immer interessiert, was für Brettspiele es so gibt. Und auch wenn man sich als Kind natürlich noch keine Brettspiele leisten konnte, habe ich es geliebt, wenn meine Eltern mal, oder meine Eltern zu überreden, auf den Flohmarkt zu fahren am Wochenende und mir dann dafür zwei, drei Mark ein gebrauchtes Brettspiel zu kaufen. Also das habe ich damals schon geliebt. Und dann so in die Szene reingekommen bin ich, ja, ich glaube so mit 15, 16 tatsächlich, habe ich dann meine ersten Rezensionen schon in irgendwelchen offenen Bewertungsportalen geschrieben, wo man alles Mögliche irgendwie bewerten kann, die sind, glaube ich, auch grottenschlecht. Und ich glaube, es war dann ungefähr 2007 oder 2008, da war die Seite spielkult.de ganz neu. Damals nur vom Ingo, also dem, der heute auch noch der Chef ist, der das noch komplett alleine gemacht. Die habe ich dann neu entdeckt und dann habe ich ihm geschrieben, hier kann ich auch mal eine Bewertung für dich schreiben oder einen Test. Und dann bin ich da damals eingestiegen, war da einige Jahre lang, bis ich dann, wann war das, 2013 oder 2014, mit meinem Kumpel Sebo zusammen unseren eigenen Blog gestartet habe. Hashimiten First hieß der, wo wir auch viel gepodcastet haben, nicht nur zu Brettspielen, aber auch zu anderen Sachen. Ja, und ich glaube jetzt seit, ich weiß gar nicht, Nico, seit drei oder vier Jahren bin ich dann Teil des Bretter Goge-Teams geworden, weil wir unseren Hashimiten First Podcast beendet haben. Ja, und dann hat Nico, da stand Nico direkt vor der Tür und meinte, sag mal, hast du nicht Lust, bei uns einzusteigen? Weißt du noch genau, wann das war, Nico? Oh, nee, aber so vier Jahre müsste ungefähr hinkommen. Ich glaube wirklich, also eigentlich muss ich einen Schritt weiter vorher anfangen, nämlich den Hashimiten First Podcast. Den habe ich super gerne früher gehört, als jemand, der sonst andere Podcast hört. Ja, weil es ging halt nicht nur um Brettspiele, sondern auch noch um eine andere Leidenschaft von mir. Oder, ja, Leidenschaft war es, denke ich, mehr bei euch. Also ich habe es sehr gerne gemocht auf jeden Fall, aber ich war nie so tief drin wie ihr. Es ging nämlich auch noch ganz oft um drei Fragezeichen und die habe ich halt als Kind auch hoch und runter gehört. Und ich bin auch eigentlich über drei Fragezeichen auf euch gekommen und habe dann gemerkt, so, ah, die machen ja auch Brettspiele. Ja, und ich war ja dann, als wir uns 2016, war es glaube ich, auf der Messe zum ersten Mal dann so richtig getroffen haben. Oder war es 2017? Ich glaube, es war 2016. Da war ich ja sogar noch total aufgeregt, als ich dann gedacht habe, so, oh, geil, heute Nachmittag treffe ich die Jungs vom Hashimiten First Podcast. Das ist starstruckt. Ja, aber wirklich. Das meint so, wie es uns gerade geht. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ja, das ist aber tatsächlich so. Also meinen damaligen Podcast-Kollegen Sebo habe ich tatsächlich Anfang der 2000er im offiziellen Drei-Frage-Zeichen-Fan-Forum kennengelernt. Das war damals so das erste und auch das einzige Forum, wo ich mich tatsächlich angemeldet habe und dann auch super aktiv. Und dann hat man sich regelmäßig im Chat getroffen. Kennt ihr ja auch, wie man das damals halt so gemacht hat. Genau. Und darüber ist quasi unsere, ja, Freundschaft sozusagen, hat sich darüber entwickelt, ja. Ja, und ich weiß dann gar nicht mehr, ich glaube, Sebo hat mich damals angeschrieben. Ich kann gar nicht mehr sagen, von wem dann aus initial der Kontakt ausging für dieses, wollen wir uns auf der Messe mal treffen Ding. Ja, und dann, weiß ich nicht, haben wir halt da so ein bisschen gequatscht und eine halbe Stunde abgenört und dann gedacht, ach komm, wir können doch mal irgendwie was zusammen aufnehmen. Dann war das ja einmal bei dir, glaube ich, Chris, nur so eine Sondererfolge dann über BerlinCon oder so. Dann warst du mal noch als Gast bei uns damals im Podcast, als es um so ein Messespecial ging. Wir brauchen jemanden, der mal als Erklärbär gearbeitet hat. Da bist du mir dann eingefallen, weil du ja für Queen Games da mal unterwegs warst. Ja, und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Und dann so hoppladihopp bist du irgendwie, hast du dich so reingezeckt. Das ist, glaube ich, das treffende Verb, ja. Ja, damals noch mit Jens Nowotny im Podcast, das war mein erster Gastbeitrag. Damals hattet ihr auch noch richtige Promis. Warum lädst du dir eigentlich nicht mehr ein? Hattest du nicht auch mal Bernhard Hohecker sogar im Podcast, oder? Ja, ja, genau, tatsächlich. Ja, Bernhard Hohecker waren wir bei uns in der Spiel-des-Jahres-Folge zur Preisverleihung. Und dann eben Jens Nowotny. Den hört man vielleicht sogar innerhalb von Jahresfrist, sagen wir mal, möglicherweise noch mal bei uns im Podcast. Zu dem habe ich noch ein bisschen Kontakt gehalten. Ja, ich habe noch mal zwei, drei andere Promis, in Anführungsstrichen, angefragt. Aber die wollten dann jeweils immer nicht. Ja, einer ist mittlerweile auch verstorben und so. Also brauchen wir jetzt auch keinen Namen nennen. Aber es gibt ja noch so zwei, drei Leute, von denen man weiß, die spielen gerne. Aber die wollten dann nicht. Aber Bernhard Hohecker, der war damals so cool. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass der antwortet. Aber ich habe halt die Management-Seite rausgeschrieben von dem, weil irgendwo hatte ich gelesen, der spielt wohl ganz gerne. Ja, und drei Tage später kam dann zurück von seiner Managerin so, ja, also hier, Bernhard hat eigentlich schon Interesse. Er hat halt aber nicht so viel Zeit. Wann und wie wäre das denn genau? Und dann hat er sich tatsächlich damals 60 Minuten für uns Zeit genommen. Da war ich mega geflasht halt, weil das war, glaube ich, erst nach sechs Monaten, nachdem es uns gab oder so. Also wirklich ganz am Anfang. Bevor wir jetzt noch weiter zu den Bretagogen gehen. Hashimitenfürst, Chris, magst du uns einmal den Namen erklären? Wo stammt das her? Klar, wenn man jetzt natürlich noch nicht so tief im Drei-Frage-Zeichen-Kosmos drin ist, dann kann man mit dem Wort nichts anfangen. Das, ja stimmt, das vergesse ich gerne mal. Hashimitenfürst ist ein obskurer Begriff, der damals in einer alten Drei-Frage-Zeichen-Folge, nämlich die Silberne Spinne, Folge 24, glaube ich, auftrat. Da passiert es, glaube ich, dass der dritte Detektiv, der stürzt irgendwie, wie ist das nochmal, der stürzt aus dem Fenster oder so, schlägt sich auf jeden Fall den Kopf an und hat dann Amnesie-Gedächtnisverlust. Und er formuliert das aber nicht so und sagt, ich glaube, ich habe einen Hashimitenfürst im Gehirn. Das ist das Originalzitat von damals. Und alle, die sich diese Folge damals, glaube ich, als Kind angehört haben, haben sich gedacht, hey, was, wie, ist das jetzt irgendwie eine gängige Redewendung, die mir nicht bekannt ist? Aber soweit ich weiß, ist das einfach ein fiktiver Begriff, der, glaube ich, für diese Folge erfunden wurde. Also mir wäre nicht bekannt, dass das vorher schon mal von irgendjemandem gesagt wurde. Und ja, halt eben als Anspielung auf die Drei-Frage-Zeichen haben wir dann diesen Begriff gewählt, der, glaube ich, vielen Drei-Frage-Zeichen-Fans schon bekannt sein dürfte. War das nicht in der silbernen Spinne in der Folge? Ja, ja, habe ich das nicht gesagt gerade? Also, keine Ahnung, kann sein. Ach so. Ich höre dir ja immer nicht so zu, wenn du redest. Ja. Kein Problem. Da hat man jetzt sofort gemerkt, dass ich nicht so tief im Drei-Frage-Zeichen-Kosmos drin bin. Auch wenn ich alle Folgen, ich glaube sogar bis zur aktuellsten, gehört habe, weil die ja alle noch relativ easy verfügbar sind. Wollt ihr vielleicht noch ein oder zwei Folgen empfehlen? Also die Folge, die sich bei mir am krassesten eingebrannt hat, ist das Hexen-Handy, wo Bastian Pastewka so eine grauenhafte Lache hat, also im positiven Sinne. Absolut, Folge 101, ja, die, also beim Hexen-Handy fand ich damals die, das geht ja so los, ich glaube, Peter schiebt ja sein Fahrrad durch den Wald und wird dann da, hört nur so ein Rascheln und er wird überfallen. Und bei der Szene damals, da hatte ich die Hosen voll als Jugendlicher, als ich das gehört habe. Also finde ich auf jeden Fall eine der gruseligsten Szenen in der ganzen Serie Hexen-Handy. Ja, ansonsten Folgen, die ich empfehlen würde, also ich glaube, meine Lieblingsfolgen sind der Ameisenmensch wahrscheinlich, das Volk der Winde mag ich sehr gerne. Ich mag generell gerne diesen mittleren Folgenbereich, Crimebusters und so, also zwischen Folge 40 und 60, was ja, oder 40 und 70, was so zwischen den Hardcore-Fans oft so ein total rotes Tour ist. Also das wird immer verpönt, dieser Folgenbereich, aber da kamen so tolle Folgen wie Spuk im Hotel oder Gefahr im Verzug, auch zwei meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja, kann ich nur unterstützen, also sehe ich genauso da, das ist auch so der Bereich, wo ich gerade mittendrin war, vielleicht noch so zehn Folgen vorher oder so. Ich weiß noch, als Kind hat mich sehr die flüsternde Mumie beeindruckt, wenn dann immer Raorkorn da irgendwie durch das Walkie-Talkie spricht, da habe ich immer die Hosen voll gehabt mit zehn oder so. Ja, also ich bin irgendwann, muss ich ehrlich sagen, bei Folge 100 oder so ausgestiegen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Experte, was das Thema angeht. Das sind ja wirklich eher Sebo und Chris dann. Man kann übrigens, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, auf unserer Homepage bretagoge.de haben wir ein kleines Archiv eingerichtet, weil euer Blog ja leider über die Wupper gegangen ist irgendwann. Und die ganzen, oder nicht die ganzen glaube ich, aber viele eurer Brettspielfolgen, Chris, die kann man ja bei uns jetzt noch im Archiv runterladen und noch nachhören. Also wer Chris und Sebo mit ihren alten Folgen nochmal hören will, der wird bei uns da fündig. Genau, ihr habt schon ein bisschen gesagt, wie es angefangen hat mit dem Podcast. Ihr habt jetzt Pädagoge, ihr seid alle Lehrkräfte. War das zufällig? War das geplant? Oder können auch andere, keine Ahnung, ist das exklusiv für Lehrkräfte oder sind andere PädagogInnen eventuell auch dabei potenziell? Also das übernehme jetzt ich mal, weil da war ja der Chris tatsächlich noch nicht dabei. Also auf meinem Mist ist es im Endeffekt tatsächlich dann schon gewachsen. Da hatte Chris am Anfang dann schon recht, als er gemeint hat, das ist so mein Ding. Also ich habe 2011 meine erste Vollzeitstelle nach dem Referendariat als Lehrer angefangen. Und es war gerade die Zeit, als Bayern sich gedacht hat, ach Lehrkräfte, Junge, nee, die brauchen wir nicht. Wir stellen einfach niemanden mehr ein. Und Aschaffenburg, habe ich ja vorhin schon gesagt, liegt hier so relativ nah an Hessen. Also es ist der letzte bayerische Zipfel. Und dann habe ich mich initiativ in Schulen in Hessen beworben und bin dann da auch genommen worden, dankenderweise. Und seitdem bin ich da. Hatte halt aber zur Folge, dass ich täglich so 90 Minuten Auto gefahren bin. 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück seitdem. Und ja, was macht man in der Zeit? Das ist dann das Podcast hören geworden bei mir. So habe ich mir jetzt quasi dann immer die Arbeitsfahrt versüßt. Und ja, wenn man halt gerne Podcasts hört und auch selber beruflich quasi klugscheißer ist und auch selber ganz gern redet, kommt man natürlich irgendwann auf die Idee, sowas könnte man vielleicht selber mal machen. Ich habe mich aber nie so richtig getraut. Und da gehen jetzt wirklich mal Props raus an den Matthias Notch, der ja ganz lange bei den Bretterwissern gewesen ist. mittlerweile ja auch nicht mehr aufgehört, mittlerweile auch nicht mehr dabei ist, sondern aufgehört hat, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde, weil die Trennung zwischen, naja, Rezensent oder Kritiker, wie auch immer, unserem eigenen Verlag, die ist ja dann doch ein bisschen verschwommen. Also finde ich konsequent und gut. Aber der hat auf jeden Fall damals, ach, das war auch noch bei denen relativ früh am Anfang, in einer ihrer Anfangsfolgen gemeint, so, wenn man irgendwie Lust hat, was zu machen, man soll einfach mal ausprobieren. Man soll gar nicht groß Angst haben, sondern macht einfach mal. Die Brettspielszene braucht mehr Leute, die was machen. Ja, und dann habe ich mir eben den Daniel geschnappt, mit dem ich, wie gesagt, zusammen Lehramt studiert habe. Und ich wusste, der will auch gerne spielen und der will doch bestimmt auch gerne drüber reden. Und dann haben wir uns vorgenommen, komm, wir machen das mal. Ja, und dann haben wir aber erst mal drei, vier Wochen lang nichts gemacht, weil wir beide gesagt haben, wir brauchen erst mal einen coolen Namen. Was dazu geführt hat, dass ich auf den Autofahrten dann keine Podcasts mehr gehört habe, sondern erst mal ganz lange überlegt habe, wie könnte man denn heißen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber irgendwann hat es einfach im Kopf so Klick gemacht und dann so, ah, Pädagoge, kam ja irgendwie auf Brett und Brettergoge und so. Und dann ist das halt irgendwie hingeblieben als Name. Ja, und dann saßen der Daniel und ich eines Dezemberabends 2015, müsste es gewesen sein, weil Januar 2016 sind wir dann zum ersten Mal online gegangen, mit der ersten Folge, saßen wir bei mir im Wohnzimmer vor dem Tisch und haben gefühlt 37 Mal die ersten drei Sätze aufgenommen. Wie das halt so ist, wenn man zum ersten Mal vor dem Mikro sitzt und sich dann auch selber hört über die Kopfhörer und so, alles total ungewohnt. Und unser Konzept am Anfang war ja, das passiert leider mittlerweile nicht mehr so oft, was ich auch wirklich selber ein bisschen schade finde, weil halt, wie schon erzählt, Daniel gar nicht mehr so nah wohnt bei mir. Unser Konzept war am Anfang, ja, über Brettspiele reden an sich ja eigentlich schon viele Leute. Wir wollen dem Ganzen irgendwie einen neuen Twist geben, so einen unique selling point, wenn man so will. Und das war halt eben, wir sprechen über die Themen zu den Brettspielen. Also wir besprechen schon kurz das Spiel, aber dann bereiten wir wie so eine Art Referat für das Thema vor. Und unsere erste Folge war dann über auf den Spuren von Marco Polo und Heaven Wonders Duel. Und da habe ich damals über den Peloponnesischen Krieg was erzählt und der Daniel eben über Marco Polo. Und das haben wir dann wirklich eine relativ gut lange Zeit, so zwei Jahre, würde ich sagen, durchgehalten. Ganz viele von diesen Themenfolgen zu machen. Ja, und dann ist halt eben Daniel umgezogen und dann wurde das immer weniger. Und dann hat es sich aber so zeitgleich überschnitten mit, ich habe den Chris kennengelernt eben auf der Messe. Kurz vorher, im Sommer, hatte ich den Steff kennengelernt auf der BerlinCon. Auf der dritten BerlinCon müsste das gewesen sein. Und dann haben wir halt auch festgestellt, ah, der ist ja auch Lehrer und mag auch Brettspiele. Da sind wir irgendwie in Kontakt geblieben. Dann hat mich der Steff mal besucht und hat dann bei einer Folge mitgemacht. Das war damals die über Kaverna, glaube ich, wo wir dann über Bergwerke und sowas gesprochen haben. Ja, und dann unter Absprache mit dem Daniel, wo ich dann gesagt habe, ja, Daniel, ich würde gerne immer noch mehr machen, aber du hast nicht mehr so viel Zeit. Es ist okay, wenn ich die anderen zwei mal mit einlade, haben wir das dann gemacht. Und das ist dann vielleicht der Moment, wo der Chris ja dann auch mal weitererzählen kann, damit ich nicht so viel sage. Aber das ist ja eine spannende Frage. Hättest du einen Steff und mich auch gefragt, wenn wir keine Lehrer gewesen wären? Ja, also ich meine, dann hätten wir es vielleicht irgendwie umbenannt oder so. Also das war halt jetzt eine witzige Fügung tatsächlich. Es ist jetzt kein Ausschluss- oder Einschlusskriterium, dass man jetzt unbedingt Pädagoge sein muss. Aber da wir jetzt ja eine schöne Crew haben zu viert, also manchmal ist ja der Daniel immer noch dabei, würde ich auch sagen, ja, wir sind schon irgendwie so, also jetzt fände ich es irgendwie komisch, noch jemand anders mit dazu zu nehmen oder fände es auch schade, jemanden zu verlieren. Ich finde, wir haben uns schon ganz gut eingegroovt so. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Bin auch damals echt gerne dazukommen, weil ich auch diesen Unique Selling Point, den du schon angesprochen hast, den finde ich auch immer noch total cool. Also auch wenn wir das jetzt heute nicht mehr so bedienen oder ich ja sowieso nicht in den Folgen, wo ich mitwirke. Aber ich fände es auch total cool, wenn mal wieder, oder wenn auch mal wieder häufiger Folgen zu so einem Unterrichtsthema kommen. Also das gefällt mir immer noch echt super. Ja, und dann, als wir damals dazukamen, dann haben wir halt das Portfolio so ein bisschen erweitert. Also teilweise mit altbekannten Formaten, die ja mehr oder weniger jeder macht, über seine Tops oder seine Flops sprechen. Aber auch, und das ist mir eigentlich auch immer ganz wichtig, ich glaube, das kann Nico bestätigen, dass man sich überlegt, was kann man so für Podcasts machen, die nicht jeder schon gemacht hat. Also eben dieses Thema USP, da lege ich schon Wert drauf. Das ist mir zumindest wichtig. Und so ist zum Beispiel damals die, zum Beispiel eine Rubrik bei uns, die Verlagsreihe, die wir auch jetzt gerade aktiv wieder machen. Also alle Spiele eines Verlags chronologisch besprechen. Die ist ja sogar älter als der Pädagoge-Podcast, so heißen wir genau. Und die ist sogar auch älter als der Hashemiten-First. Die ist damals schon zu Spielkultzeiten entstanden. Da haben wir dann auch am Schluss einen Podcast gemacht. Da haben wir den ersten zu Days of Wonder damals aufgenommen. Aber zum Beispiel auch so was wie die Melchinger-Top-Ten-Reihe, die bei uns, glaube ich, mittlerweile zu einer der beliebtesten Reihen so geworden ist. Auch da war es auf jeden Fall, ja, Top-Ten zu einem Thema kann jeder machen. Aber hey, wie wäre es denn, wenn man einen Podcast darüber macht? Weil, also sich eine Top-Ten, ich finde, von anderen anzuhören, was die so für die besten, keine Ahnung, Worker-Placement-Spiele halten oder so, finde ich auch schon ganz cool. Aber jeder, der so eine Top-Ten selber schon mal gemacht hat, weiß ja auch, auch das Erstellen so einer Top-Ten macht ja total viel Spaß zu überlegen, was wähle ich rein, was werfe ich raus. Und da dachte ich mir, diese Freude daran, die mal in einen Podcast zu packen, also quasi einen Schritt davor, das aufzunehmen und zu sagen, hier, ich veröffentliche nicht nur meine Top-Ten, sondern wir podcasten darüber, wie wir diese Liste erst erstellen. Das fand ich damals eine total coole Idee und kam zum Glück auch bei den Zuhörern, glaube ich, ganz gut an. Es ist ja auch eine saukoole Idee, das macht echt Spaß. Also ich meine, ich bin ja jetzt einer von uns drei, der gefühlt häufiger unterliegt. Aber es ist einfach saukool, dann da zu verargumentieren, warum das Spiel jetzt unbedingt da drauf muss und eins von den anderen nicht. Das ist einfach super. Und der Mehrwert ist ja, dadurch haben wir ja meistens ein paar Überschneidungen, gibt es immer, aber sagen wir mal so 25 bis 30 verschiedene Spiele, die dann zu dem Thema vorgestellt werden. Das ist ja auch ein großer Mehrwert, glaube ich, für die Hörer und Hörerinnen, dass es halt nicht nur zehn sind, sondern man hört ja ganz viele und die Pros und Cons jeweils dazu. Und ja, es macht einfach immer wieder Spaß, da zu versuchen, seine Spiele irgendwie durchzubekommen auf so eine Liste. Also wie gerne ich euch auch immer dabei zuhöre, wie ihr euch da in euren Top-Ten-Listen streitet und versucht, eure Spiele runterzubringen, würde ich gerne doch noch mal einen Schritt zurück machen zu den Themenfolgen, zu euren Vertiefungsstunden. Habt ihr da Sachen, die ich noch irgendwie super in Erinnerung geblieben sind, irgendwelche Lieblingsfolgen? Wie wählt ihr das aus, welches Thema ihr behandelt? Entscheidet das jeder für sich? Mögt ihr da noch mal was zu sagen? Ja, kann ich gerne machen. Ich muss nur eine Sache kurz noch richtigstellen, aber das ist überhaupt gar kein Vorwurf, weil da blicken einfach viele nicht durch. Die Vertiefungsstunden, das sind tatsächlich die Stunden, wo wir einfach Rezensionen machen. Die anderen heißen Unterricht, aber wir haben drei oder vier verschiedene Formatnamen sozusagen. Unsere ganz normalen Folgen, die wir jetzt immer so machen, die haben einfach auch aus historischen Gründen immer noch den Titel Sonderfolge, weil wir das halt eben früher andersrum gemacht haben von der Gewichtung. Manch Hörer hat auch schon mal jetzt zurecht gefragt, warum heißen die eigentlich Sonderfolgen? Das sind doch eigentlich die, die immer kommen. Gut, aber egal, also du meintest die Unterrichtsfolgen sozusagen. Richtig, aber schön, dass das jetzt einmal geklärt ist. Ja, genau. Irgendwann schmeißen wir das vielleicht auch einfach mal über Bord so im laufenden Betrieb, keine Ahnung. Ja, die Unterrichtsfolgen. Also früher haben mal Daniel und ich sehr viel miteinander gespielt und dann haben wir uns oft schon während des Spielens überlegt, was könnte man denn dazu machen? Und dann war es auch damals noch so, einfach von der Menge an Spielen, die wir gespielt haben, waren das weniger. Und dann haben wir uns tatsächlich auch Sachen gezielt rausgesucht. Also es war dann damals schon so, ey, es kommt ein Käpt'n so nah raus. U-Boote wäre doch mal ein saukooles Thema. Oder was weiß ich, was hatten wir noch passenderweise jetzt momentan gerade? Es gibt Pandemie des Würfelspiel. Lass uns doch mal über Pandemien und sowas reden. Das war damals auch ein sehr cooles Thema. Oder ich weiß nicht, ob sich jemand noch an das Spiel erinnert, weil das war jetzt wirklich nicht so toll. Von Pegasus gab es mal dieses Yeti, so ein Familienwürfelspiel, wo du so um den Berg rumläufst und versuchst Fotos von dem Yeti zu machen. Da haben wir uns gedacht, ah, das ist doch mal ein cooles Thema, über so Yeti, Bigfoot, Loch Ness und solche Sachen zu sprechen. Und wir haben dann eigentlich immer eher gar nicht so sehr nach den Spielen ausgesucht, sondern haben uns gedacht, das wäre eigentlich mal ein cooles Thema, um darüber zu sprechen. Gibt es dazu ein Spiel? Und dann haben wir uns das rausgesucht. Deswegen waren es dann auch manchmal sogar noch ältere Spiele, wie halt jetzt eben am Anfang auf den Spuren von Marco Polo oder so, was ja dann eigentlich schon ein älteres Spiel gewesen ist. Weil es halt tatsächlich um das Thema und nicht so um das Spiel ging. Das hat sich dann halt natürlich gewandelt. Ja, aber ich würde sagen, wir haben halt einfach nach Themen gesucht, die uns irgendwie interessiert haben. Die Spiele waren eigentlich nur Alibi, um euren Drang, anderen Leuten was zu erklären. Ja, ein bisschen kannst du es vielleicht so sehen. Genau. Also wir wollten halt natürlich schon auch über Spiele sprechen, aber welches Spiel das dann ist, war tatsächlich, würde ich jetzt so für das erste Jahr oder so feststellen, war das dann erst mal zweitrangig. Jetzt hast du gerade so ein bisschen angesprochen, ihr habt mehrere Formate. Willst du die vielleicht noch mal grob umreißen? Weil ihr habt ja nicht nur die Vertiefungsstunden und die Sonderstunden, also ihr habt ja noch mehr. Soll ich das noch mal machen, Chris? Ich glaube, ich würde es sogar auch. Ja, okay. Dann bin ich gespannt. Lernzielkontrolle. Ja, genau. Siehst du mal. Also es gibt den regulären Unterricht, was quasi die Urfolgen mit Nico und Daniel sind. Dann gibt es das Teamteaching, was ja mehr oder weniger das gleiche Grundprinzip hat, aber Nico lädt sich einen wechselnden Gast ein. Also da ist dann keiner von dem Kernteam dabei. Das war übrigens, wenn ich da kurz reingrätschen darf, sorry, das war übrigens diese Zwischenstufe, als Daniel weniger Zeit hatte, wo ich mir gedacht habe, ich will mehr machen und hatte aber euren Kontakt noch nicht. Ja, wie kriege ich denn noch mehr Folgen hin? Ja, lad hier doch einfach Gäste aus der Szene ein. Also sei es jetzt Redakteure, Autoren, sonst irgendwie was, andere Blogger. So ist das nämlich damals entstanden, dieses Teamteaching. Komm, ich lade mir einfach irgendjemand anders ein dazu. Dann haben wir, wie bereits angemerkt, die Vertiefungsstunde. Das sind dann eher so klassische Rezensionsbesprechungen ohne irgendwelches Thema. Die macht jetzt, oder in letzter Zeit macht die meistens Nico mit Steff oder mir zu zweit. Dann haben wir, wie gesagt, die Sonderfolgen, alles andere Mögliche. Dann haben wir, glaube ich, zuletzt noch das leere Zimmer etabliert, wo irgendwie, so, da haben wir so ein paar Formate, wo es weniger um Spiele, mehr um uns ging, so Interviewfragen zum Beispiel gemacht. Ich glaube, das sind noch alle aktiv laufenden Reihen. Ich weiß, es gab auch noch irgendwie damals irgendwie eine Soloreihe oder so. Die habe ich jetzt nur, die begegnet mir immer mal wieder, wenn ich auf die Seite gehe, wo die nach Kategorien geordnet sind, wo ich immer denke, hey, da gab es damals wohl noch irgendwelche anderen Sachen, aber die habe ich nie gehört. Was gibt es noch für ausgestorbene Formate, Nico? Ja, das war es, glaube ich. Also Nachsitzen hießen die dann. Da habe ich mir tatsächlich Solospiele angeguckt, die man halt alleine spielen kann. Das war einfach begründet aus der Tatsache, dass damals mein erstes Kind auf die Welt kam, meine Tochter. Und meine Frau, mit der ich dann auch immer viel gespielt habe, die hatte dann nicht mehr so viel Zeit, logischerweise. Oder wir waren einfach beide generell müde. Und ich habe dann halt relativ viel Solo gespielt damals und wollte halt darüber auch ein bisschen berichten. Da gab es aber nur fünf oder sechs Folgen oder so. Und innerhalb dieser Sonderfolgen, die ja wie gesagt eigentlich eher die regulären Folgen sind mittlerweile, da haben wir, ja hast du ja schon gesagt, Chris, also wir haben diese Top Ten Folgen zum Beispiel, die ja ganz beliebt sind eigentlich. Dann haben wir diese Verlagsreihen. Wir machen auch natürlich immer noch Berichterstattung über Messe oder so. Interviews gibt es manchmal auch noch. Also früher habe ich noch mehr Interviews gemacht, aber ab und zu mal gibt es auch noch Interviews. Ja, da ist so alles Mögliche drin. Du hast das gerade eben schon mal angesprochen, dass es natürlich immer Zeiten gibt, in denen man weniger spielen kann. Wie handhabt ihr das denn zurzeit? Wie schafft ihr das denn, Spielen in euren Alltag einzubauen? Chris, bitte. Ja, mehr oder weniger noch so genauso wie es immer war. Wobei ich sagen muss, also durch die ganze Pandemie oder zumindest seitdem die Schule wieder regulär stattfindet, ist es bei mir schon weniger geworden als vorher. Also in der langen Zeit, wann war das Frühjahr letztes? Nee, diesen Frühjahr? Oh Gott, diese ganze Zeitvorstellung verschwimmt. Das ist nicht mehr wichtig. Also als die Schulen so lange geschlossen waren, da konnte ich mir dann wieder mehr Zeit nehmen zum Spielen. Natürlich in einer festen Gruppe auf jeden Fall. Man hat es ja nicht mit so vielen Leuten getroffen. Da konnte ich mir dann erfreulicherweise mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber ja, mein Gott, wann nimmt man sich die Zeit dazu? Am Wochenende, unter der Woche, abends, wenn es mal passt. Aber häufig geht es auch nicht. Also bei mir vornehmlich wegen des Berufs. Bei Nico sind es natürlich dann noch ganz andere. Also ich habe keine Kinder deswegen. Aber Nico als Papa von zwei Kindern hat dann natürlich noch ganz andere Dinge, die ihre Zeit benötigen. Ja, wobei ich das eigentlich, ich klopfe mir jetzt mal selber auf die Schulter, glaube ich, ganz clever gemacht habe. Also mein Sohn ist jetzt fünf. Meine Tochter, die wird jetzt bald zehn. Das kann man, denke ich, schon sagen. Ich versuche immer zu vermeiden, irgendwie die Namen oder sowas öffentlich zu sagen. Weil ich finde es irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn Leute ihre Kinder so öffentlich machen da. Aber ich denke, Geschlecht und Alter kann man schon mal verraten. Also meine Tochter ist bald zehn und mein Sohn ist jetzt bald fünf. Die habe ich mir natürlich schon entsprechend herangezogen. Und meine Tochter, die ist noch nicht so ganz konkurrenzfähig, aber sie versteht, was sie machen muss. Die kann mittlerweile schon so Sachen wie, ach, nehmen wir mal den aktuellen Jahrgang halt, was weiß ich, Paleo, Anak, solche Sachen, kann die mittlerweile schon mitspielen und hat auch wirklich Interesse dran. Und die habe ich auch echt schon so verdorben mittlerweile, dass die sagt, ey, wann spielen wir mal wieder was Neues. Die ist also auch schon auf dem Trip, dass sie immer den neuen heißen Scheiß braucht. Und mein Sohn ist jetzt gerade so in der Kinderspielphase, aber der ist halt dann in zwei, drei Jahren auch so weit. Und dann habe ich halt wirklich Glück. Meine Frau spielt auch einfach wirklich viel und gerne. Also die spielt mit mir jedes Jahr irgendwie fünf, sechhundert Partien auf jeden Fall auch, wenn ich so in meine Stats-App da reingucke. Ja, und dann, ich meine, logischerweise durch jetzt halt das Spiel des Jahres seit anderthalb Jahren ist das halt noch viel, viel mehr geworden. Also ich war sonst auch schon immer beim öffentlichen Spiele-Treff und ich hatte an der Schule, als das noch ging vor zwei Jahren, das würde ich auch gern wieder machen, sobald es die Situation wieder hergibt, hatte ich auch eine Brettspiel-AG, wo ich dann halt mit so fünf bis neun Klässlern gespielt habe, einmal die Woche. Und dann halt ganz viel so mit im privaten Bereich. Also man lernt ja dann doch irgendwie so Leute kennen, wenn man halt so ein bisschen öffentlich ist mit dem Podcast und auch auf Twitter unterwegs ist, dann schreiben einen doch mal Leute an, so hier, ich wohne eigentlich in der Gegend, wollen wir uns nicht mal irgendwie treffen. Und da hat sich mittlerweile jetzt über die Jahre so ein Personenkreis von Pi mal Daumen, sagen wir mal so 70 Leuten etabliert, mit denen ich regelmäßig spiele. Und ja, wie gesagt, seit Spiel des Jahres sind es eigentlich fünf Abende die Woche, außer wirklich mal zu Stoßzeiten, wenn ich ganz viele Klausuren gerade habe. Das ist meistens so November, Dezember die Zeit, jetzt gerade so. Aber normalerweise sind es so fünf Tage die Woche eigentlich schon regelmäßig die Spiele und die anderen zwei Abende sind dann für die Familie. Und da wird sie zwar nie hören, aber einen dicken Kuss und vielen, vielen Dank an meine Frau, die da so gnädig das alles mitmacht, dass ich da auch oft unterwegs bin mittlerweile. Und ihr vier zusammen, trefft ihr euch denn auch ab und zu? Für Spieleabende oder ähnliches? Das haben wir ein-, zweimal geschafft, aber es kommt sehr selten vor. Also ich will nicht ausschließen, dass wir das irgendwann auch mal wieder schaffen, bestimmt. Aber ist auf jeden Fall kein Regelfall. Ja, also ich wohne ja noch relativ nah am Christ oder wir zwei. Also Koblenzer Schaffenburg sind so anderthalb Stunden oder so. Wir kriegen das schon so vier-, fünfmal im Jahr hin, würde ich sagen. Steff ist ja einfach selber total umtriebig. Der reist ja auch normalerweise gern viel und so. Also Steff sehen wir zwei vielleicht zweimal im Jahr, wenn es hinkommt. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch nur einmal. So ungefähr, ja. Ja, genau. Und der Daniel, dessen Eltern wohnen ja immer noch hier in der Gegend, wo er eigentlich herkommt, der guckt halt immer mal bei mir vorbei, wenn er quasi seine Eltern besucht, wenn er Heimaturlaub macht. Von Fürth aus hier nach Aschaffenburg. Also so einzelne Teams treffen sich quasi dann schon immer untereinander. Aber so wirklich wir alle vier, das ist tatsächlich selten. Und sogar halt jetzt die Hauptbeteiligten mittlerweile, also Steff, Chris und ich, auch wir kriegen es, wie gesagt, ein-, zweimal im Jahr tatsächlich nur hin, dass wir zu dritt da sitzen. Das heißt, eure ominöse Liste mit Spielen, die ihr euch gegenseitig unbedingt mal vorstellen müsst, die wächst und wächst einfach weiter. Ach, Hand aufs Herz, das wird nie passieren, dass wir mal dazu kommen, die, weißt du, selbst wenn wir diese Liste, wenn wir die mal mitschreiben würden, was ja auch schon nicht passiert, selbst wenn wir uns da mal wieder treffen würden, dann wären die ja auch nicht gespielt, irgendwelche Klassiker. Dann bringt ja doch wieder, ja, oh, ich hab das neu, ja, komm, lass das mal spielen. Dann werden ja doch wieder hauptsächlich Neuheiten gespielt. Dann wird vielleicht mal ein Gnaden-Oldie so aus Sympathie dazwischen geschoben. Aber also diese ganzen Spiele, die immer auf die Liste kommen, die lassen sie mal zusammen spielen. Ich hab da die Hoffnung schon so gut wie verloren, dass es dazu noch kommen wird. Ich fühle mich da auch mittlerweile echt immer so ein bisschen schlecht. Also in meinem Bekanntenkreis ist das ja jetzt mittlerweile schon klar, wenn Spieleabend mit Nico ist, dann brauchen wir uns gar nichts Altes wünschen. Das geht halt einfach nicht. Aber wenn ich mich mit Chris treffe, dann, ja, mir tut's dann schon fast immer leid, wenn ich dann auch so sage, so, ja, aber ich müsste vielleicht auch ein paar neue Sachen spielen. Und Chris hat dann oft eher so Bock auf die Klassiker nochmal. Ich ja eigentlich auch, aber halt dann manchmal nicht die Zeit. Aber so den einen oder anderen Klassiker kriegen wir eigentlich schon immer unter. Ich mach dann nochmal gleich eine Anschlussfrage. Wie ist es denn dann um euren Pile of Shame bestellt? Der ist dann ja wahrscheinlich sehr klein. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, weil ich halt einfach halt muss, ne? Genau. Ja. Würde ich, also kommt immer drauf an, wie man jetzt Pile of Shame definiert. Also es gibt sicherlich einige große Titel, von denen jetzt irgendwie die Szene sagen würde, das ist Kanon und den sollte man gespielt haben. Und die habe ich vielleicht nicht gespielt. Aber, also ich habe auch früher oft von Leuten mitbekommen, die dann irgendwie ganz viele Spiele im Regal haben, die sagen, ja, habe ich noch nie gespielt. Habe ich mir zwar gekauft, hatte ich Bock drauf, aber bekomme ich nicht, den auszuprobieren. Da habe ich mich echt immer gefragt. Also das könnte ich zumindest gar nicht nachvollziehen. Also bei mir zu Hause gibt es jetzt auch nicht so, also tatsächlich ein Pile of Shame, irgendwie ein Stapel an Spielen, wo ich sage, da komme ich nicht zu, die zu spielen. Ne, ne, das schaffe ich schon immer ganz gut, die regelmäßig abzuspielen. Ja, aber sicherlich gibt es auch Titel, die ich jetzt nicht kenne, die viele andere abfeiern. Mag schon sein. Ja, bei mir ist es halt einfach so, es gibt so Stoßzeiten, natürlich halt jetzt so nach Messe in Essen oder halt wenn Nürnberg gewesen ist, dann trudeln halt quasi täglich die Pakete ein. Das staut sich dann halt mal für eine gewisse Zeit, aber das wird dann auch tatsächlich alles abgearbeitet. Und ich würde es jetzt gerne nochmal hier auch für meine neuen Jurykollegen und für die vier aus der Kinderjury schon nochmal tatsächlich auch bestätigen, ja, wir spielen das tatsächlich alles. Also es geistert ja in manchen Kanälen dann immer so rum so, ja, 300 Spiele, wie soll man das überhaupt nur spielen und so. Da wird man ja manchmal nicht für voll genommen und dann gibt es ja so Behauptungen von wegen, ja, du liest da hinten einmal das Ding, den Klappentext durch oder die Regel und das war es dann. Also ne, ich kann euch versichern, wir spielen das tatsächlich alles. Ich habe ja vorhin schon gesagt, fünf Tage die Woche, 52 Wochen gibt es im Jahr, dann kann man sich ja ausrechnen und das sind irgendwie 260 Tage, an denen ich spiele und dann spielst du halt an jedem Abend drei, vier Spiele. Das geht schon. Und dann gibt es ja auch ganz viele Spiele, also es ist ja nicht jedes von diesen 300 Spielen immer irgendwie zwei Stunden lang. Es gibt ja dann auch so Kartenspielchen von Amigo oder so, da bist du ja auch nach 20 Minuten dann oft fertig. Und ja, wir spielen tatsächlich alle Spiele auch mehrfach und das funktioniert. Aber man muss halt dann auch wirklich diszipliniert immer die neuen Sachen spielen. Ich finde es dann immer ein bisschen befremdlich, wenn einem Leute das dann irgendwie nicht glauben. Vielleicht, weil sie es halt aus ihrem eigenen Alltag sich nicht vorstellen können. Das mag ja so sein, aber es ist tatsächlich wie so eine Art zweiter Vollzeitjob und wir machen das tatsächlich. Und wenn du gerade sagst, dass du so viel spielen musst, hat das dann auch deine Sicht irgendwie aufs Hobby verändert? Jetzt so im Sinne von ich habe da keine Lust mehr drauf oder wie? Ja, vielleicht ist es mehr Arbeit geworden oder also der Moment vielleicht, wo man sich einfach freut, was zu spielen. Ist das weniger geworden oder gibt es da irgendeine Veränderung bei dir? Weil du es ja, also die Verpflichtung ja scheinbar hast, das einfach auch gewissenhaft durchzuziehen, oder? Ja, also die Verpflichtung und aber auch den Anspruch. Also noch nach anderthalb Jahren ist es ja jetzt auch erst, muss ich sagen, habe ich das noch nicht. Für mich ist tatsächlich jedes neue Spiel, was ankommt, erst mal, ich glaube, ich habe es für die Abenteuer-Brettspiele, da hat er mich gefragt, was sind deine Lieblingsneuheiten oder so. Da habe ich es damals, glaube ich, auch schon mal geschrieben von wegen, jedes neue Spiel ist erst mal ein Versprechen auf ein cooles Spielerlebnis. Und so sehe ich das auch nach wie vor noch. Also jedes Spiel ist erst mal potenziell ein cooles neues Spiel und das würde ich auch gerne ausprobieren. Ich kenne auch ganz viele Leute, die lesen sau viel. Die lesen in der Woche fünf Bücher durch. Für die muss das ja dann halt mit Büchern genauso sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sich vielleicht irgendwann mal ändert, also ohne jetzt konkret mit ihm drüber gesprochen zu haben. Aber ich glaube ja, dass das zum Beispiel bei Martin Klein so gewesen ist, dass er nach sechs Jahren ja dann gesagt hat, mir langt das jetzt mit der Jury, weil ich halt eben diese Verpflichtung nicht mehr möchte. Ja, aber wie gesagt, da muss man sich halt drauf einstellen. Noch macht mir das Spaß und im Sommer hat man ja immer nach der Preisverleihung, bevor der nächste Jahrgang losgeht, hat man ja so drei, vier, fünf Wochen Zeit, wo man dann auch mal wieder in Terra Mystica oder in Orléans oder so spielen kann. Da muss man sich halt dann einteilen und drauf hinfiebern. Vielleicht sollten wir das für die Zuhörer gerade noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich weiß ja gar nicht, ob jetzt jeder Zuhörer darüber auch so genau Bescheid weiß, aber du hast ja jetzt sehr aus Juryposition gesprochen, dass wir vielleicht noch mal sagen sollten, dass du halt eben, Niko, tatsächlich Mitglied der Spielesjahre-Jury bist und unser Podcast-Kollege Steff ja auch tatsächlich. Aber ich bin nicht in der Jury. Also das, was jetzt Niko gesagt hat, gilt für mich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade in diesem Bezug von wegen ja alle Neuheiten testen und man hat eigentlich gar keine Zeit mehr für ältere Titel. In dem Bezug bin ich dann auch immer heilfroh, dass ich nicht dazu gehöre. Also ich weiß ja damals, als ich für Spielkult noch geschrieben habe, da habe ich auch ganz klassisch Rezi-Exemplare bekommen und habe dann auch Rezensionen zu Spielen geschrieben, die einem vielleicht mal nicht so zugesagt haben. Und das war dann schon der Grund, warum ich schon zum Hashimitenfürst damals gesagt habe, ich möchte keine Rezi-Exemplare mehr anfordern, auch wenn wir immer noch über Spiele gesprochen haben oder so. Aber ich mochte diesen Druck nicht. Also erst mal fiel mir das Schreiben auch immer schwerer irgendwann. Ich war immer unzufrieden mit meinen eigenen Formulierungen, habe ewig für meine Texte gebraucht. Und zweitens mochte ich mich nicht mit diesem Druck aussetzen, so, ach, du hast das Spiel hier bekommen, du musst noch was dazu schreiben. Da habe ich dann gesagt, nee, kommt Leute, ich kaufe mir dann, irgendwann hat man ja dann auch sein eigenes Geld verdient, dann kaufe ich mir lieber meine Spiele und bin ganz frei, mir auszusuchen, worüber ich Bock habe zu quatschen und worüber nicht. Und da bin ich auch, das ziehe ich auch heute immer noch echt gerne so durch, ja. Wobei das ja tatsächlich ein Vorteil eigentlich ist, wenn man dann Jurymitglied ist, weil es ist ja jetzt einfach klar und selbstverständlich, dass ich nicht mehr jedes Spiel, was ich bekomme, rezensieren kann, weil das ist schlicht unmöglich. Früher habe ich ja tatsächlich dann auch Spiele konkret angefragt und wenn du halt dann merkst, das ist jetzt aber eine ziemliche Gurke, über die will ich eigentlich gar nicht reden, musst du halt trotzdem. Und dann hatte ich damals auch den Anspruch zu sagen, also das Spiel, das spiele ich jetzt halt sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal, dass ich da wirklich konkret was zu sagen kann. Es ist ja jetzt so, als Jurymitglied, natürlich spiele ich jedes Spiel mehrmals, aber es gibt halt auch einfach Spiele, wo du halt nach dreimal oder so weißt du halt, ja, das ist nett, aber das wird für den Preis einfach keine Rolle spielen. Dann hast du ja noch deine neuen Kolleginnen, wie gesagt, die auch Erfahrungen machen. Wir tauschen uns ja in so einem Forum aus und wenn die dann halt auch sagen, ja, mit meinen Gruppen sieht es ähnlich aus, dann kann ich halt so ein Spiel auch guten Gewissens nach drei Partien mal ad acta legen und sagen, also das muss ich mir jetzt nicht weiter angucken und muss dann darüber auch nicht sprechen. Also diese Verpflichtung, wirklich über jedes Spiel sprechen zu müssen, was man halt ausprobiert, die ist ja jetzt weg. Also das ist eigentlich wirklich ganz schön, dass man sich jetzt halt raussuchen kann, über was man sprechen möchte. Das ist schon auch ein Vorteil. Nico, du hast jetzt ein bisschen deinen, würde ich sagen, so deinen, vielleicht deinen eigenen Anspruch als Spielekritiker dargestellt. Was macht denn für dich SpielekritikerInnen, also dieses Sein aus? Also was ist das? Also keine Ahnung, es sind ja sehr, sehr viele, sind passionierte Brettspielerinnen und Brettspieler, einige Podcasten, einige Bloggen, andere sind auf YouTube. Aber ich glaube, da liegt ja auch die Jury sehr wert drauf, dass SpielekritikerInnen, das ist nochmal vielleicht eine andere Position, Perspektive. Ja, also es ist ja, steht ja auch dick und fett auf dem Logo drauf, es ist auf jeden Fall eben ein Kritikerpreis und das beinhaltet für mich erstmal, dass man einen gewissen Fachhintergrund hat, also dass man sich schon ein bisschen damit auskennt mit der Materie, also vielleicht auch Sachen geschichtlich einordnen kann oder halt eben einen Kontext hat, wo man sagt, das ist jetzt in dem Werk von dem Autor so und so verankert oder das kopiert den und den Mechanismus, also man sollte einfach ja so ein bisschen handwerklich das ganze Zeug drauf haben und dann, finde ich, gehört auch dazu, dass man sich selber zurücknehmen kann, das ist ganz wichtig, also bei ganz vielen Rezensionen empfinde ich das zumindest immer so, dass Leute halt das vielleicht mit den gleichen Leuten immer spielen und dann sagen, also das Spiel ist irgendwie Mist, das hat mir nicht gefallen, aber das ist eigentlich nicht das, was ein Kritiker machen sollte, meiner Meinung nach, sondern es lebt halt schon davon, dass du es mit vielen verschiedenen Gruppen ausprobierst und das ist jetzt auch nicht irgendwie das Herbeidichten von irgendeiner Zielgruppe, sondern halt einfach wirklich zu gucken, bei wem funktioniert das aus welchen Gründen und bei wem funktioniert das aus welchen Gründen nicht und wie gesagt, da muss ich mich eigentlich zurücknehmen, es ist meiner Meinung nach auch ein großer Fehler während des Spiels immer zu fragen so, und wie gefällt dir das denn jetzt, weil eigentlich müsste ich das ja während des Spielens muss ich das schon sehen, also ich erlebe ja dann mit, ob jemand anfängt auf dem Handy rumzudrücken oder sagt, ach komm, ich gehe nochmal kurz vor die Tür und rauche eine, während du jetzt irgendwie gerade deinen Zug machst oder so, das sind ja alles so Anzeichen dafür, die dir ja sagen können, wie so ein Spiel halt gerade ankommt oder positiv gesehen dann, dass halt jemand wirklich gebannt da sitzt und so, das sind so Sachen, die man halt beobachten muss und dann, aber ich denke, das sieht der Chris ganz genauso, dann geht es halt in einer guten Kritik oder Rezension, wie immer man das auch nennen mag, geht es halt um, ja, das Spielgefühl und was habe ich erlebt, was hat das Spiel mit mir gemacht, gerade wenn wir darüber reden, das ist ein Kulturgut, also vielleicht ja auch eine Art von Kunstform oder so, Kunst oder Kultur muss ja schon immer irgendwie was mit mir machen, wenn ich dann da sitze und sage, ja, die Regel ist so und dann die Detailregel dazu ist dann nochmal so und so, das interessiert keinen, das kann auch ehrlich gesagt keiner so richtig nachverfolgen, noch weniger in einem Podcast als jetzt in einem Video und das sind ja zumindest für mich auch die Stellen, die ich in anderen Sachen dann immer überskippe und ich will jetzt auch überhaupt gar keinem zu nahe treten, das kann ja wirklich jeder machen, was er will und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute Spaß daran haben, ich würde es mir dann halt ehrlich gesagt nicht anhören, ganz schrecklich finde ich tatsächlich so Formate wie, komm, wir reden jetzt mal eine Stunde drüber, was habe ich denn jetzt letzte Woche bei Kickstarter gekauft, ja, da denke ich mir, ja, sorry, also wo ist jetzt für mich als Hörer der Mehrwert, wenn ich mir anhöre, was irgendein Dude in XY jetzt letzte Woche bei Kickstarter gebackt hat, das hat halt dann nicht viel mit irgendwie Rezensentsein zu tun oder so, aber das wollen die dann ja vielleicht auch gar nicht, also wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf, das würde ich mir dann aber nicht anhören, also ich erwarte mir einfach von einer guten Kritik, dass die für mich das Spiel irgendwie einordnen kann in seinem Kontext, dass es mir halt klar macht, was kann ich davon, ja, was kann ich für ein Spielerlebnis erwarten und dann sollte man einen Kritiker vielleicht auch gut kennen, weil ganz oft ist ja auch der Fall so, dass ich weiß, also wir haben letztens erst wieder so eine Mail gekriegt von einem Hörer, liebe Grüße an der Stelle übrigens, der gemeint hat, er findet super, dass er Steffs Spiele überhaupt gar nicht mag, wenn der Steff irgendwas vorstellt, weil dann weiß er genau, er muss das Gegenteil davon machen, was ja aber eigentlich auch ein Lob ist, weil dadurch hast du ja auch eine Einschätzung und kannst halt sagen, der steht auf die und die Spiele und ich weiß genau, wie er diese Spiele bewertet und dann kann ich es entsprechend einordnen, also Einordnenbarkeit oder wie man das als Nomen dann formuliert, finde ich, gehört auch dazu, aber Chris, wie siehst du das denn? Ich würde dir in eigentlich allen Punkten zustimmen, vielleicht würde ich es noch dadurch ergänzen, dass ich sagen würde, wichtig ist für einen Spielekritiker, dass er eben kritisch ist, das steckt ja auch schon im Wort drin und kritisch darf man halt nicht verwechseln mit negativ oder unfair sein, ich habe den Eindruck, viele haben oft so ein bisschen Angst davor und wollen lieber keinem auf den Schlips treten und sind dann ein bisschen zu gefällig, also da finde ich es auch wichtig, dass ein Spielekritiker selbstbewusst ist und auch zu seiner Meinung steht und wenn halt ein Spiel nichts Besonderes war, dann sollte man nicht in der Kritik ja trotzdem aber auf jeden Fall wichtig die positiven Dinge noch dreimal wieder erwähnen oder sagen, ja vielleicht lag es ja auch an der Spieleranzahl mit zwei Spielern mehr, ist es dann bestimmt wahrscheinlich doch besser, nee, dann kann man auch einfach mal sagen, dass das Spiel nichts war oder irgendwas schlecht designt ist, also sich nicht versuchen irgendwie noch eine Hintertür offen zu lassen so nach dem Motto, ja vielleicht ist es da ja doch ganz gut. Ja und ansonsten, Nico, was du gesagt hast, genau, sich mit dem Spiel kritisch auseinandersetzen, das nicht mit Werbung zu verwechseln, denn ja, wie gesagt, wenn ich jetzt, du hast es ja schon angesprochen, Nico, wenn ich in einem Format nur sage, was ich mir zuletzt gekauft habe oder was ich halt gespielt habe, dann hat das mit Berichterstattung eher weniger zu tun, dann ist das eher Werbung machen, das hat auch für meinen Geschmack einen zu großen Platz in der Szene eingenommen, ja und ansonsten hast du eigentlich alles weitere schon genannt, was auch mir wichtig wäre. Nee, alles gut, nee, sorry. Aber wie oft, ne, siehst du das irgendwie, da kriegt jemand Spiele zugeschickt und macht die dann halt, weiß ich nicht, in dem YouTube-Video auf, Unboxing ist ja auch so ein Format, was irgendwie gerade jeder macht und dann so, das Spiel noch nie auf den Tisch gehabt oder geschweige denn gespielt oder so und dann schon, oh ja, das ist ja ein cooles Spiel und da ist ja das dabei und oh, guck mal, wie voll die Schachtel ist und so, wo ich mir denke, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das sagt doch überhaupt nichts über das Spielerlebnis aus. Es gibt auch einfach so Spiele wie, was weiß ich, Love Letter, da sind nur ein paar Karten drin und es ist ein saukules Spiel. Also das sagt überhaupt nichts darüber aus, was macht das Spiel eigentlich am Tisch mit mir. Finde ich immer ein bisschen befremdlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und weil du jetzt gerade nochmal über Werbung gesprochen hast, Chris, es ist ja immer so die rechtliche Diskussion gerade, ja, was ist denn jetzt die Überwerbung und so, muss ich das irgendwie kennzeichnen? Wie gesagt, ich bin kein Anwalt oder so, aber ich habe das so verstanden und ich würde mich selber auch so sehen und ich denke, Chris und Stefan, ihr seht das genauso, hast du ja auch gerade eigentlich schon gesagt, weil wir halt eben kritisch damit umgehen und das Spiel dann beurteilen, ist das für mich auch ein Arbeitsmaterial, so ein Rezensionsexemplar und es ist halt eben kein geldwerter Vorteil oder wie auch immer, sondern es ist halt einfach das Ding, was ich brauche, um meinen Job in Anführungsstrichen machen zu können, auch wenn es jetzt ehrenamtlich oder hobbymäßig ist. Ich kann halt einfach, ich kann ein Spiel nicht beurteilen, was ich nicht gespielt habe und dann gehört es halt ganz normal dazu, so wie ein Filmkritiker auch umsonst ins Kino geht und ein Buchkritiker die neuen Bücher zugeschickt bekommt und wie auch immer, dass man halt dieses Spiel als Arbeitsmaterial bekommt und das sehe ich dann tatsächlich jetzt auch nicht als Werbung oder irgendwelchen Materialvorteil an. Und da vielleicht ganz kurz, das muss ich jetzt dann vielleicht auch nochmal sagen hier für meine Jurykolleginnen auch, es ist ja auch immer wieder so das Gerücht im Raum von wegen, ja die verdienen dann damit Geld oder so, das ist tatsächlich mitnichten so, also das ist sogar ein Ausschlussgrund aufgrund unserer Statuten, wenn jemand von uns zehn anfangen würde und würde diese Spiele verkaufen und damit Geld verdienen, dann wäre die Person aber schneller raus aus dem Verein, als sie gucken könnte. Das ist nämlich tatsächlich verboten. Also alles, was bei uns überschüssig ist, von dem man sagt, das will ich nicht mehr haben, das verschenken wir. Also Harald, unser Vereinsvorsitzender, der fährt zum Beispiel jedes Jahr dann zu einer Einrichtung in Düsseldorf und verschenkt den kompletten Jahrgang da. Bei mir verteilt sich es gerade noch so auf die Spielegruppen, die ich immer habe. Also es ist halt, für mich persönlich gehört es auch dazu, dass man halt eben nicht versucht, damit Geld zu verdienen. Deswegen, ich verkaufe die Dinge auch nicht, ich verschenke die dann halt einfach, wenn ich die nicht mehr haben möchte. Was übrigens viel unabhängiger ist, als die dann zu verkaufen, meiner Meinung nach. Weil dadurch entsteht dann natürlich wieder ein Geldwertervorteil. Was ich ganz spannend finde, die Kriterien, die ihr jetzt, oder beziehungsweise die du genannt hast, das sind alles so weiche Kriterien, finde ich. Weil es ist ja nicht so, dass wir, also ich glaube, die meisten, die sich auch selbst als Spielekritikerin sehen, sind nicht irgendwie ausgebildete Journalistinnen oder so. Nein, überhaupt nicht. Es ist halt immer die Frage, ab wann hat man irgendwie genug Expertise? Also ich weiß nicht, gerade so diese Verlagsperspektive, Matthias wird da ja irgendwie, glaube ich, sehr häufig genommen, weil er schon sehr lange sehr präsent in der Branche ist. Meint ihr, es muss irgendwie ein gewissen, weiß ich nicht, Mindestmaß an Wissen über bestimmte Spiele geben? Man könnte ja auch sagen, man startet relativ neu ins Hobby rein. Weil kritisch kann man es ja trotzdem betrachten. Da ist die Frage, fehlt dann das Wissen? Ich weiß jetzt nicht, ob Spielekritiker zum Ausbildungsberuf werden wird. Dafür ist es auch, glaube ich, einfach nicht in der breiten Masse relevant genug. Zumindest war das in der Vergangenheit immer so. Ich meine, es wird ja auch in den großen Medien, in Zeitungen und Magazinen, wird ja immer mehr über Brettspiele berichtet. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass es dann auch immer mehr, ja, ich sag mal, ich sag mal in Klammern ordentliche Journalisten, die wirklich das Handwerkszeug mitbringen, sich dann auch über Brettspiele beschäftigen. Und dann ist die Diskussion natürlich auch wieder spannender zu führen. Aber so im Moment muss man sagen, da gibt es die wenigen Ausnahmen. Und die meisten Leute, die sich so für Brettspiele interessieren, dass sie auch selber davon berichten wollen oder anderen was erzählen wollen, die sind natürlich keine Journalisten, keine vergleichbaren Sachen, sondern machen das als ihr reines Hobby. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen da, also das Ding ist halt auch immer, man erarbeitet sich, man erarbeitet sich ja einen gewissen Ruf oder Stellenwert. Also ich hätte jetzt in den ersten zwei, drei Jahren, ja, wahrscheinlich sogar in den ersten drei Jahren, hätte ich nie im Leben von mir selber gesagt, ich bin jetzt da irgendwie Kritiker oder Rezensent oder so. Das hat sich halt einfach so in den letzten zwei, drei Jahren dann tatsächlich ergeben, einfach durch die Frequenz und die Art, wie man das dann gemacht hat. Und man muss sich das einfach erarbeiten. Es ist, glaube ich, mehr so eine Außensicht vielleicht. Natürlich hat es ein gewisses Selbstverständnis, dass man die Sache gut machen will und sich dann schon auch eben als Kritiker sieht. Aber das hat auch, glaube ich, ganz viel mit der Außenwahrnehmung zu tun. Und wenn ich halt einfach, ja, die ganze Zeit nur irgendwelche YouTube-Videos mache, um meine Reichweite zu erhöhen oder Klicks zu generieren oder halt eben Unboxings mache oder so, dann werden mich, glaube ich, auch die Außenstehenden nicht als Kritiker wahrnehmen oder Kritikerin. Das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Und deswegen ist mir auch dieses ganze Influencertum, das ist mir irgendwie sehr suspekt, muss ich sagen. Damit kann ich immer nie so viel anfangen, weil das halt eben für mich sehr auf diese Schnelllebigkeit und ich habe jetzt irgendwie 100 Follower mehr als letzte Woche und so abgeht. Meiner Meinung nach dauert das einfach. Man muss sich das erarbeiten und Qualität setzt sich halt durch. Und früher oder später werden die Leute schon merken, dass man gute Arbeit macht und dann, ja, hat man sich etabliert. Aber man sieht ja auch so viele Kanäle, die sind dann drei Wochen da und dann sind sie auch wieder weg. Ja, aber ich denke auch, das Problem ist bezogen auf die Frage, müssten irgendwie Spielekritiker da ein bisschen mehr Handwerkszeug mit sich bringen. Ich meine, wenn wir jetzt mal über Buch, also wenn man Buchkritiker oder Filmkritiker oder sowas sein will, da gibt es ja durchaus Perspektiven, wo man damit auch Geld verdienen kann. Also da wäre es ja ein legitimer Weg zu sagen, okay, komm, ich bewerbe mich mal bei der Zeitschrift XY und mache da vielleicht ein Volontariat und dann rutsche ich da vielleicht so rein und kann da bleiben und kann dann da über Filme quatschen. Aber wenn du halt sowas über Brettspiele machen willst, wo willst du dich dann da bewerben? Also bei welchem Magazin oder so willst du hoffen, ja, da kann ich vielleicht auch mit Spielekritiken mein Brot verdienen. Also da gibt es einfach, also zu sagen irgendwie, ich will eine ordentliche journalistische Ausbildung bringen und ich will auch mal über Brettspiele berichten. Das lässt sich zumindest, glaube ich, noch sehr schwer unter einen Hut bringen. Ja, das berichten ja auch ganz viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, also die eigentlich hauptberuflich Journalistinnen sind und dann halt immer sagen, sie kriegen das halt einfach nicht unter, weil ihre Kollegen das dann in den Redaktionen teilweise auch einfach nicht verstehen. Was soll das denn? Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, das in den klassischen Medien unterzubringen. Aber eine Sache möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, auch wenn das jetzt schon wieder das Spiel des Jahres ist, aber eigentlich sollte das ja die letzten zwei Jahre auch wieder stattfinden. Es ging halt pandemiebedingt jetzt einfach nicht. Es gab ja vor mittlerweile fast drei Jahren die Wiederauflage des Tags der Brettspielkritik, der vor vielen Jahren schon mal gewesen ist. Der soll jetzt hoffentlich nächstes Jahr dann endlich wieder stattfinden im Juli. Im Juli, da ist auch jeder herzlich gern eingeladen, der irgendwie ja Rezensent, Blogger, sonst was ist. Wo es gar nicht darum geht, dass die Jury jetzt den Leuten erklärt, so muss eine Kritik aussehen, sondern da sind wir ja damals auch zusammengekommen. Christa, kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen? Du warst ja auch mit dabei. Da geht es einfach darum. Das haben wir der Jury erklärt. So wird ein Schwung draus. Genau, wir haben damals den Podcast-Workshop gemacht, nämlich beim letzten Mal. Ja, da ging es einfach darum, dass wir halt zusammenkommen und uns halt einfach mal austauschen. Wie sehen das andere? Was kann man voneinander lernen? Wo kann man vielleicht Sachen besser machen? Und einen richtig coolen Ansatz fand ich damals vom Udo Bartsch. Der hat einen Text-Podcast, nee, nicht Podcast, einen Text-Workshop, so wollte ich sagen, gemacht, wo es darum geht, wie mache ich eine gute geschriebene Rezension. Und der hatte dann damals tatsächlich halt seine alten Rezensionen dabei und hat die in den Workshop reingegeben, hat gesagt, jetzt streich dir mal alles an, was damals Rotz war, was ich gemacht habe. Und dann hat man eben darüber diskutiert, warum war das damals schlecht und wie wird man es besser machen und so. Also ja, alle, die sich da angesprochen fühlen, weil sie sagen, wir sind Leute, wir produzieren irgendwie was in dem Bereich, haltet mal die Augen offen. Wir hoffen, dass das stattfinden kann. Dann kommt entsprechend vorher eine Pressemeldung oder eine Veröffentlichung des Termins, dass man sich anmelden kann. War auf jeden Fall eine coole Veranstaltung und ich hoffe, dass die wieder stattfinden kann, weil das hat wirklich viel gebracht, um so ein bisschen halt über den Tellerrand mal rauszublicken. Nico, jetzt hast du schon Influencerinnen und Influencer angesprochen. Ich folgte ja auch auf Twitter und da hast du vor geraumerer Zeit, ich würde sagen, etwas polemisch gegen einen Preis gewettert. Ich glaube, aktuell ist es relativ still um den geworden. Da ging es ja um einen Preis für Influencerinnen und Influencer. Hast du generell ein Problem an diesem Preis oder lag es eher irgendwie an der Personalie dahinter? Weil man könnte ja auch sagen, hey, es gibt ja bestimmt auch Leute, die das irgendwie kreativ betreiben, dieses Hobby und die könnte man ja auch mit so einem Preis fördern. Ich habe tatsächlich überhaupt gar nichts gegen den Preis an sich. Ich habe auch nichts gegen die Person, die dahinter steht und so. Wir haben ja dann auch noch mal miteinander gesprochen und so ist alles in Ordnung. Es war damals nur der Fall, also ich habe ja vorhin schon erklärt, ich selber kann mit Influencertum überhaupt nichts anfangen, weil es halt für mich eben sehr stark in diese Werberichtung geht, womit ich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchte. und es wurde ja dann anscheinend, ich habe das gar nicht so mitverfolgt, aber es wurde ja dann anscheinend damals aufgerufen, von wegen hier reicht mal Leute ein, die sich bewerben sollen und was ja eigentlich nett gewesen ist, aber viele von unseren Hörern haben uns dann halt irgendwie angeschrieben oder uns bei irgendwelchen Instagram-Sachen getaggt, von wegen, ja, wollt ihr da nicht mitmachen? Und ja, es war übertrieben. Dafür habe ich mich auch beim Basti vom Siegpunkt, der war das ja damals, liebe Grüße an der Stelle, habe ich mich ja dann auch entschuldigt schon, und habe gesagt, die Wortwahl war vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber an dem Tag hat es mich einfach nur genervt, weil halt ständig hier irgendwie was gebimmelt hat, von wegen, willst du da nicht mitmachen? Und deswegen habe ich halt damals quasi gesagt, lass mich mal mit dem Scheiß in Ruhe. Das ist, ich habe das damals selbst ohne nie genannt, also von wegen, Leute holen sich einen drauf runter, wie geil sie selber sind. Das war ein bisschen over the top, gebe ich zu, aber im Kern ist das immer noch meine Denkweise dazu. Also ich möchte mich nicht dafür feiern lassen, was ich da irgendwie mache, sondern mir geht es um die Spiele. Redet nicht so viel über euch, redet über die Spiele. Das fände ich irgendwie viel cooler. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, viel interessanter. Aber ich habe überhaupt nichts gegen den Preis. Von mir aus, macht ihr den Preis? Ich möchte einfach halt nur nicht dabei sein. Also für mich ist das halt einfach nichts. Und wie gesagt, das war damals mehr so eine genervte Überreaktion einfach an dem Tag. Und mehr habe ich auch dazu übrigens nie wieder gesagt. Also das war der einzige Post, den ich dazu jemals gemacht habe. Dann habe ich ja auch nie wieder was dazu gesagt. Aber ja, wurde dann immer wieder mal aufgewärmt anscheinend. Aber eigentlich könnte das sowas auch irgendwie kreative Leute fördern. Also ich meine, es gibt ja garantiert, also ich folge jetzt garantiert auch nicht allen Leuten auf Insta, Facebook, Twitter und YouTube. Aber da sind bestimmt auch Leute dabei, die das irgendwie kreativ anders machen. Da könnte ja so ein Preis eigentlich eine gute Möglichkeit sein, abseits von Werbung sozusagen Leute zu. Tatsächlich auch vielleicht, ja, Leute, also ja, Fans, Leuten, wie sage ich das denn? Also Leute, die vielleicht kleinere Kanäle, die nicht so bekannt sind, aber qualitativen Content liefern, mehr bekannter zu verschaffen. Ja, durchaus. Also wie gesagt, ich habe auch nichts gegen das Grundprinzip, dass man eben halt Leute belohnt dafür, die kreativ sind oder so. Aber ich bin immer so ein bisschen der Fan von der Ochsen-Tour halt einfach. Also wenn jemand wirklich gute Sachen macht, dann wird sich das, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit der Zeit durchsetzen. Für mich hat das, wie rede ich mich jetzt daraus? Also es hat für mich immer so ein bisschen was von diesen ganzen Casting-Formaten. Da hüpfen dann irgendwelche 17-Jährigen bei The Voice rum und sagen, ich bin Künstler, ich bin Künstler. Nee, du bist halt Sänger und du wirst jetzt gerade in die Kamera gehalten. Und das war es dann halt auch. Ein Künstler ist für mich jemand, der halt die letzten zehn Jahre durch irgendwelche kleinen Clubs getingelt ist, auch vor 20 Leuten gespielt hat und dann gezeigt hat, dass er halt wirklich brennt für die Sache und sich da durchsetzen will. Und das roch halt für mich in dem Moment einfach so ein bisschen nach, ey komm, wir pushen uns jetzt einfach alle gegenseitig hoch und generieren da eine Reichweite, die dann halt vielleicht, nicht zwangsweise, aber halt vielleicht nicht so viel substanziellen Hintergrund hat. Aber wie gesagt, natürlich sind da bestimmt auch, oder was heißt bestimmt, ich kenne ja da viele kreative Sachen, die da auch passieren. Ich versuche ja auch wirklich auf dem Laufenden zu bleiben, was alle Formate angeht. Wie gesagt, mir ist es halt oft einfach zu selbstreferenziell. Ich habe ja vorhin schon gesagt, redet bitte mehr über die Spiele anstatt über euch selber. Also mich interessieren die Persönlichkeiten hinter den Rezensenten eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich ein bisschen, um, habe ich ja vorhin schon gesagt, einschätzen zu können, wie ist der Geschmack und wie kann ich dann die Kritik einordnen. Aber was jetzt da jemand sonst so privat für Hobbys hat und so ein Zeug, also jetzt mal ganz platt ausgedrückt, das interessiert mich halt nicht. Und das ist ja aber ein ganz großer Teil von Influencertum, dass du dein Leben quasi ins Internet kehrst. Und das, wie gesagt, das interessiert mich einfach null. Und ich weiß nicht, Chris, wie geht es dir denn damit? Jetzt muss ich mich hier die ganze Zeit selber rechtfertigen. Um das jetzt, also ich kenne den Hintergrund jetzt der Thematik eigentlich gar nicht und weiß auch nur so halb, worum es geht. Aber um das jetzt vielleicht nochmal, die Frage von eben, von wegen, kleine Leute, die gute Arbeit machen, zu fördern, um das jetzt mal wieder auf die Brettspielszene zu konkretisieren, da bin ich der Meinung, die ist immer noch so klein und überschaubar, dass ich glaube, wenn es da jemanden gibt, der da qualitativ besonderen oder bemerkenswerten Content macht, dann macht das auch schnell die Runde und dann werden die Leute auch verhältnismäßig schnell bekannt, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Themen, die einfach irgendwie weltweit eine Riesennummer sind. Also, aber auf der anderen Seite, also zum Beispiel, ich bin immer wieder überrascht, wie häufig ich auch gefühlt wöchentlich noch neue YouTube-Kanäle zum Thema Brettspiele entdecke. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viel es da scheinbar dann doch gibt. Und wenn man sich dann aber viele anschaut, dann denke ich mir auf der anderen Seite auch, ja gut, das hat vielleicht auch einen Grund, warum die Videos vielleicht dann keine vierstelligen Aufrufe haben, weil dann viele aber eben doch sich das angucken und denken, ach, ich glaube, das kann ich auch, ich habe auch eine Videokamera zu Hause, ich kann mich auch mal an den Tisch setzen und sagen, weil ich im letzten Monat so gespielt habe. Und leider bin ich der Meinung, zu viele neue Kanäle beschränken sich dann eben doch nur auf das und denen fehlt so, ja doch vielleicht die zündende neue Idee oder die haben sich vielleicht nicht vorher überlegt, ja, was macht meinen Kanal so besonders. Ja, und dann kommt vielleicht noch dazu, dass dann vielleicht auch nicht jeder sich so gut ausdrücken kann und dann denke ich mir so, ja gut, wenn es dir Freude bereitet, ist es okay, aber sorry, wenn es jetzt irgendwie nicht die große Nummer wird, dann kann ich mir auch denken, woran das jetzt lag. Ist auch gar nicht böse gemeint. Das soll ja auch jeder seinen Kanal betreiben, wenn es ihm Freunde bereitet. Aber gerade in Bezug auf, um jetzt mal beim Thema YouTube zu bleiben, bei so vielen Kanälen vermisse ich doch sehr die Passion und die Ideen, nee, ich sehe die Ideenlosigkeit, aber das Gegenteil davon vermisse ich so ein bisschen die Kreativität und zu sagen, was kann ich irgendwie, welche Farbe kann ich der ganzen großen Palette noch hinzufügen. Ja, das wäre mir schon auch nochmal wichtig zu sagen, also wer bin ich denn jetzt irgendwem zu verbieten, was er da machen darf. Also natürlich darf jeder machen, worauf er Lust hat, so haben wir ja auch mal angefangen. Aber es gibt halt schlicht und ergreifend einfach kein Anrecht darauf, dann gehört zu werden oder halt eine Reichweite zu haben. Die musst du dir halt erarbeiten, meiner Meinung nach. Und wenn du halt gut bist, dann wirst du die auch irgendwann haben. Also haben wir ja gerade schon gesagt, so Formate wie, ich zeige euch mal, was ich mir letzten Monat gekauft habe. Ja, also da kann ich mich auch in den Müller stellen und Leute, die sich da gerade ein Spiel kaufen, fragen, was hast du eigentlich letzten Monat gekauft und dann erzählt der mir das. Ich habe da nichts davon. Also wie gesagt, macht das gerne, wenn euch das Spaß macht. Aber ich als Konsument quasi habe nichts von diesem Content, wirklich, muss ich sagen. Aber das geht anderen Leuten vielleicht anders. Sorry, ich glaube, das klingt gerade voll überheblich. Aber mein Gott, da sind wir wieder beim Thema, man muss doch zu seiner Meinung stehen. Also nicht gefällig sein und sagen, jo, ich will es mir mit allen noch gut halten. Nee, da muss man auch mal sagen, dass man sowas ein bisschen, keine Ahnung, schwach findet oder so. Bekommt ihr denn sonst andersweitig auch noch Kritik? Also wenn ihr gerade eh schon dabei seid anzusprechen, dass ihr euch selbst treu seid, aber passiert euch das viel? Ja klar, also generell muss man sagen, Podcast ist da so ein bisschen undankbar, was Feedback angeht, weil man hat eigentlich nur diese iTunes-Kommentarspalte und in manchen Podcatchern kann man sowas angeben. Ab und zu mal schreibt jemand eine Mail und das sind dann meistens eigentlich die Netten, weil wer setzt sich schon hin und schreibt dir dann 20 Minuten lang irgendeinen Rant als E-Mail, da hat dann auch keiner Bock drauf. Dafür sind wir nicht groß genug. Ja, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Aber klar, meistens ist es nett, aber man kriegt natürlich auch mal Kritik, wo es dann heißt, also sorry, das sehe ich ganz anders bei dem Spiel oder oft geht es auch um technische Sachen, wenn es dann heißt, also da war der Sound aber irgendwie Mist, weil dann, wenn der Technik irgendwas nicht geklappt hat oder so, ist zum Glück mittlerweile oft nicht mehr so, nicht mehr so oft der Fall. Aber klar kriegt man auch mal Kritik und wenn die gerechtfertigt ist, nehmen wir die uns auch zu Herzen, aber man kann es halt auch schlicht und ergreifend nicht jedem recht machen. Also ein Ding war dann zum Beispiel, als der Chris und ich letztes Jahr zu Silvester haben wir mal einen total themenfremden Podcast gemacht, da haben einfach gesagt, welche zehn Musikalben würden wir denn gerne mal auf eine einsame Insel mitnehmen, damit wir da gut mit Musik versorgt sind. Ja, da gab es dann halt natürlich Leute, die gesagt haben, ja, ich habe doch hier einen Brettspiel-Podcast abonniert, warum macht ihr jetzt was über Musik? Kann ich verstehen, ist ein durchaus berechtigter Kritikpunkt. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, unser Content ist halt einfach komplett umsonst und dann hörst du halt einfach nicht an. Wir hatten Bock drauf, das zu machen und so ist es dann halt. Dann würde ich jetzt sagen, in Anbetracht der Zeit, damit wir die Stunde nicht ganz überreißen und wir keinen Stress mit Martina eventuell bekommen. Wir durften länger als sie. Vielleicht ein paar Minuten. Liebe Grüße, Martina. Habt ihr vielleicht noch ein paar letzte Worte für diesen Podcast an unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, vielen Dank für die Einladung. Was soll man da jetzt noch anderes sagen? Nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Schaden, dass wir schon zum Ende kommen müssen. Ich glaube, wir hätten uns noch deutlich länger unterhalten können, aber es ist auch mal ganz gut, sich ein bisschen kürzer zu fassen. Das kriegen wir bei uns ja auch nie hin. Von daher, ja, war sehr schön. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung und da möchte ich vielleicht doch nochmal die Lanze brechen für alle Leute, die sich die Mühe machen, um irgendwie was zu produzieren. Gebt ruhig wirklich bitte gern allen die Chance. Wir haben auch mal klein angefangen. Allen die Chance geben und mal reinhören und so Interesse haben an den Sachen, die Leute machen. Man muss ja da nicht alles mögen, dann kann man es ja auch wieder bleiben lassen. Aber momentan finde ich, wächst die Szene wirklich schön. Was ja auch ein bisschen so Genugtuung ist, wenn andere Leute auch mal merken, was das für ein geiles Hobby ist, was man da schon seit ein paar Jahren macht. Und ich finde es cool, wenn es noch mehr Leute gibt, die was machen, wenn es halt, wie gesagt, ein bisschen Substanz hat. Und ja, insofern, alle, die das hören, versucht gerne selber mal was. So haben wir damals auch angefangen. Das ist doch ein schöner Abschluss für den Podcast. Dann auch nochmal von mir. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank an dich, Peter, dass du mich unterstützt hast. Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye, bye. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folge uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn du dich mit anderen Brettspiel-Begeisterten austauschen wolltest oder uns Feedback geben möchtest zu unserem Podcast, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Ciao. Ciao.